Frank, zunächst mal Gratulation, gestern den dritten Sieg in Serie eingefahren. Wie habt ihr das analysiert auf der Heimfahrt bzw. heute Morgen schon beim Auslaufen? Auf der Heimfahrt kann ich es dir nicht sagen, weil ich mit dem Auto zurückgefahren bin. Ich hatte dann noch einige Telefonate zu erledigen. Ich glaube, es ist ein bisschen lauter geworden nach drei Siegen. Das haben die Jungs sich auch verdient. Ich denke, wenn man den Spielverlauf sieht, bin ich mit 75, 80 Minuten sehr, sehr zufrieden. Das, was wir uns erarbeitet haben, was wir vorgenommen haben, was wir umgesetzt haben, wie wir es umgesetzt haben, das war schon richtig gut. Ich glaube, auch nicht unverdient, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch 3-0 geführt haben. Was uns ja so ein bisschen auch die letzten Wochen begleitet ist, die Art und Weise, wie wir dann gewisse Situationen nicht mehr so verteidigen oder bespielen, wie es vielleicht dann sein muss. So bekommen wir dann das 1-0. Wir sind klar in Überzahl in der letzten Reihe. Ein einfacher Chipball hinter die Kette, wo wir die Wege nicht mitmachen. Abstimmung nicht so, wie es sein sollte. Und dann holen wir den Gegner nochmal zurück. Und dann nochmal in der 93. auch, zu einfach das Gegentor. Aber am Ende des Tages muss man dann auch diese Entwicklung, diesen Prozess wiedersehen, den die Jungs da auch gegangen sind die letzten Wochen. Es waren keine einfachen Wochen, immer wieder auch Verschiebungen, Verletzungen, Umstellungen, Umstrukturierungen innerhalb der Mannschaft. Ja, das ist alles nicht immer einfach zu handeln, aber die Jungs ziehen voll mit. Und ja, es freut mich dann zu sehen, dass man dann auch diese Prozesse, die auch über die Saison hinausgehen, ja, nach vorne gehen. Du hast die Entwicklung angesprochen. Ihr seid gestartet am Sieg. Dann gab es die drei Spiele, bei denen die Ergebnisse nicht gepasst haben. Jetzt seid ihr durch die drei Siege auf Platz 6. Habt ihr euch so festgebissen am oberen Tabellendrittel. Wie siehst du diese Gesamtentwicklung der letzten Wochen? Ja, ich sehe sie von Anfang an. Für mich ist das ja nicht ein Prozess, der von heute auf morgen beendet ist oder abgeschlossen ist, sondern das wird ein Prozess, ein sehr, sehr langer Prozess sein, auch so wie letzte Saison. Und auch da haben wir dann im letzten Drittel der Saisonphase richtig gut bis überragenden und dominanten Fußball gespielt mit einem Selbstverständnis, mit Automatismen, die man sich ja dann über die Zeit dann auch erarbeitet und mit der Individualität und der Kreativität, wo wir da sehr, sehr gefestigt sind. Und es ist doch klar, dass wir nach der Saison mit der Flukation, die wir auch jetzt hatten, erstmal, ja, da die Basis, wie wir das schaffen müssen, die Individualität im Einklang bringen zu dem, was wir vorhaben. Und auch da diese Schwankungen, der Schritt vom Jugend zum Senioren-Spiel, dass wir die auch da mit begleiten. Und das wird nicht von heute auf morgen sein, aber das habe ich den Jungs auch gesagt, das werde ich Ihnen garantieren, dass es dann in der zweiten Hälfte zum Ende der Saison auf jeden Fall deutlich, deutlich zu sehen ist. Und das war letztes Jahr so und das wird dieses Jahr auch so sein. Ich hoffe und wünsche mir, dass es die Mannschaft schon früher schafft, eine Kontinuität, eine Klarheit auch in den Ergebnissen zu erzielen. Ich bin gespannt jetzt auf ein Wochenende, englische Woche, wie gehen wir mit den Widerständen um. Wir haben viele Verletzte, fünf Verletzte, Spiele aktuell, die alle auch in der ersten Elf gehören könnten. Wir haben hohe Belastungen durch die zwei Spiele, die wir schon hatten. Und wir treffen auf eine Mannschaft, die ganz klar Männerfußball spielt, sehr, sehr aggressiv in dem ist, was sie tun, mit und gegen den Ball. Und körperlich uns da vieles abverlangen werden. Und ja, mal schauen, ob wir da uns gegen wehren, ob wir die Sachen, die wir ihnen mit an die Hand geben, umsetzen. Und natürlich dann auch ergebnisorientiert auch hier zu Hause die drei Punkte behalten wollen. Balinger SC am Samstag, genau, hast du ja gerade schon angesprochen. Ihr habt jetzt gegen die Mannschaft gespielt, die hatte vor dem Spieltag einen Punkt mehr als ihr. Seid ihr vorbeigesprungen. Ist das schon aber trotzdem so eine Zusatzmotivation? Ist es jetzt mit dem Balinger SC ähnlich? Ja, ich habe es gestern auch vor dem Spiel in der Sitzung gesagt, dass vieles auch darin gehend jetzt ausgerichtet werden muss, ergebnisorientiert zu handeln. Und das war gestern so ein Spiel. Ich bin voll überzeugt von der Qualität von den einzelnen Spielern, die da gestern angefangen haben, beziehungsweise alle, die da sind. Und das muss man auch spüren, dass man seine Duelle gewinnen will, dass man als Team zusammenstehen will, dass man das, was wir uns vorgenommen haben, ja dahinter steht. Und nochmal, das hat die Mannschaft 75 Minuten überragend gemacht. 3-0, dann war so ein bisschen wieder, ja, da passiert schon nichts. Aber am Ende des Tages ist es das Ergebnis geworden, die drei Punkte. Wir haben wieder drei Tore gemacht. Wir haben jetzt, glaube ich, 19 an der Zahl in sieben Spielen im besten Sturm. Leider haben wir in der Abwehr nicht die Konsequenz. Das liegt aber nicht daran, dass wir im Verbund nicht gut arbeiten, sondern dass der Einzelne immer mal noch so einen Aussatz hat oder die Situation unterschätzt. Und da müssen wir dann halt schleunigst daran arbeiten, dass wir da auch eine ganz, ganz große Konstanz reinkriegen. Weil am Ende des Tages ist das dann entscheidend, dass man auch diese Punkte dann beibehält. Und jeder weiß, glaube ich, Ergebnisse, ergebnisorientiert ist auch ein großer, großer oder ein großes Vorteil für uns in der Entwicklung. Noch kurz ein Blick auf den Gegner. Baling hast du vorhin zwar schon mal kurz angesprochen, ja, gestern wieder ein gutes Ergebnis geliefert gegen Großaspach. Habt ihr sie schon in die Vorbereitung mit reingenommen oder geht es da morgen erst richtig los mit Vorbereitung auf dem BSC? Für mich ist das eine Mannschaft, die hochinteressant ist, die mit ihren Mitteln, mit ihren Möglichkeiten richtig Konstanz zeigt. Das hat man letztes Jahr gesehen in den Spielen. Wir haben sie zwar 6-2 hier besiegen können, aber im Rückspiel hatten wir Probleme, will ich nicht sagen, aber sie haben uns vor Aufgaben gestellt. In der Vorbereitung hatten wir sie als zweites Testspiel. Da haben wir eine Halbzeit richtig gut gespielt. In der zweiten Halbzeit haben sie uns dann mit den besagten Mitteln drei Tore eingeschenkt, diese Körperlichkeit. Und sie wissen, was sie wollen, sie wissen, was sie können und was sie nicht können. Und ja, das wird eine hochspannende Aufgabe mit einer Mannschaft, die sehr, sehr interessant ist für mich.